Weil Bundestagsabgeordneter mit Koks oder irgend so weit erwischt und diesmal waren es nicht die Putzfrauen, nein, ich fasse es ja gar nicht, geil, der Generalstaatsanwalt ermittelt, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, jedenfalls finde ich das gut, dass diesmal nicht die Putzfrauen dran schuld sind, weil die verdienen ja auch so viel, die können sich ja auch Kokain leisten, auf jeden Fall, wissen wir ja alle, wie viel die verdienen, nicht wahr, ja, ja, beim letzten Mal, da waren es anheblich die Putzfrauen, als Damen zu Koks im Bundestag gefunden, ne, und da hatte man nichts besser zu tun, als zu sagen, das sind die Putzfrauen gewesen, so geil, wie so Lügereien immer, ja, gut, ähm, was ihr da gerade hört, das muss ich euch mal zeigen, kann ich jetzt nicht, schade, oder doch, warte mal, ich mach mal, ich versuch mal, ich muss hierher, da bin ich, dann muss ich das groß, muss ich das groß machen, ne, kann ich so lassen, so, hier, ich hoffe, man kann es sehen, ich muss mal Kontrolle machen, hier, naja, nicht so toll, wie ich gerade sehe, okay, dann machen wir das anders, so, T-A-X, das kann ich auch nur sagen dazu, ja, Berlin, Bergheim, Bergheim, ganz frisch, ist das, ja, äh, Tölkerstatt zum zweiten Mal, ne, ist echt der Hammer, der Hammer, ich finde das geil, halt, ich muss mich mal sehen hier, bitteschön, kann ich mich mal sehen hier, oder wie, ah, da bin ich, ja, okay, also ist echt der Hammer hier, ja, ja, und was mich am allermeisten freut, ist die, warte mal, wo ist es denn, ja, eieiei, was mich am allermeisten freut, ist die Tatsache, dass ich jetzt seit, ja, 14 Tagen im Wochenende bin, seit 14 Tagen bin ich im Wochenende, ich habe keine Lust, raus zu gehen, aus dem Wochenende, mach ich auch nicht, ich habe mich überschreitet, ich verlängere das, ist okay, ich verlängere mein Wochenende, auf unbegrenzt, hoffe ich, ja, natürlich, muss man abwarten, es gibt immer wieder welche, die versuchen, mir die gute Laune zu stehlen, ja, aber bis jetzt konnte ich sie alle abwehren, ja, und das finde ich natürlich spitze, das ist mir noch nie gelungen, ja, äh, ich habe immer mal irgendjemanden dazwischen, der mich ärgern konnte, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, haha, ja, warte mal hier, hier ist schön, ach, ich freue mich so, das wurde auch Zeit, weil, ich habe ja noch eine Menge vor, und, äh, von daher, äh, ist es wichtig, dass ich immer gut gelaunt bin, ähm, um diese Vorhaben auch in die Tat umzusetzen, ja, geht nur dann, ja, übrigens, heute ist Radio, Webradio, Alpha Crazy Sounds, heute um 20 Uhr, sollte man, wenn man kann, dabei sein, ähm, ist ein sehr geiler Sender, ja, für mich jedenfalls, warum, naja, er gibt Talenten eine Chance, und genau das finde ich gut, ne, okay, tschü, ei, 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 ist das ein schöner Tag, ja, so muss sein, hier, ach, ich liebe das, Sound lebt, ne, und das ewig, ist nicht tot zu kriegen, ja, egal wo, wie, wann, wer, im Sound ist alles drin, ne, ich meine jetzt nicht die Gentiner Straße, ja, sondern, ich meine, Sound, gut. Okay.